Das Datum der Erstausstrahlung dieser Mi-Nachrichten war der 31. Oktober 2020. Habt ihr schon mal ein Auto gesehen, das absolut umweltschonend ist und weder Benzin noch Strom benötigt? Dann aufgepasst! Heute fand ein groß angelegter Testlauf für die Medien statt. Feuerwassermädchen, Testpilotin eines der Autos, sagte mit Begeisterung in der Stimme. Jetzt sind alle Verschmutzungsprobleme auf der Welt gelöst. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Frieden für alle Nationen. Das nennt man dann wohl ein Wunder. Danke fürs Zuschauen. Ich bin Kazai Kawaii. Der 31. Oktober war das Sendedatum dieser Mi-Nachrichten.